wer weiß wie lange das noch gut geht wir können doch reden oder was für ein schönes sanduntergang hier unglaublich hier ist ein guter ort um kassandra zu kontaktieren positiv gut kassandra kannst du mich hören ist wie lange es noch gut geht ich höre dich zweite humanoide anomalie dieses planeten wo ist eine uhrform analysiere einheiten na schön dann kümmern wir uns erst einmal um ihre scherden die infektion wirklich ich sollte meinen geist trainieren bevor irgendwelche dinge mit mir passieren kommentar einheit einer geistigen stabilität wird umgehend empfohlen lass uns mit meinem speziellen geist training beginnen ja commander starte trainingsprotokoll da ist er er schaut uns zu chrony was für ein perverser der lebt ja noch ich gehe nach hause kurator unterwegs betrunken warte mal ist er wirklich weg nee wir können doch reden oder was für ein schönes sanduntergang hier unglaublich der war freundlich verdammt ah mist ich könnte nicht mal chillen mit meinem kurator pro ruinierst das ist eifersüchtig geworden eindeutig eindeutig eifersüchtig geworden verbindung zur kontrolleinheit 0 hergestellt so kassandra so einfach lass ich mich nicht erwischen dann habt ihr doch was ihr wollt oder etwa nicht hohe reinheit des träger mediums zur wandlung der individuen ist gewährleistet wer weiß wie lange das noch gut geht sensoren orten feindliche einheiten ach verdammt warum ausgerechnet jetzt habt ihr das jetzt nicht gehört krass haben wir das ding schon erledigt kommander langsam wird es ungemütlich aber wir müssen weitermachen ich brauche noch mehr informationen wie du greifst meine kuratoren bloß wieder an wenn die freundlich sind ok alles klar jungs das sieht sehr entspannt aus hier ihr seid doch freundlich oder nein du nicht freundlich ist was anderes angreifen chrony 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 noch ok der ist freundlich gut einen haben wir blössort blössort ok wir versuchen es nochmal einen kurator zu befreunden alles klar man nein nicht blössort blössort das wäre dann viel besser und noch den Daumen auch noch ja der einfache Eisschlag ist das wahre anscheinend lass uns noch ein letztes mal mit kassandra sprechen gleicher ort gleiche methode analysiere wer hat dich programmiert wer ist der drahtzieher den du dienst analysiere bis dann nein nicht schießen auf mich wo ist deine urform oh, wo kommst du her du bist bei der urform oi das fliegen ja auch noch krass komm schon, Hesha, du schaffst ihn Hesha, oi ach, guter Typ ne, Kroni, der ist auf unserer Seite hör eigentlich, hau auf wow ein Schildkling das ist schon alles, eyla mit ihren Züpfungen am Schluss immer Kassandra hat sich zurückgezogen ich war hier wohl zu unfreundlich positiv wir sind nicht nur sicher wir sind HIV, positiv hörst du endlich auf damit positiv